Die Terrororganisation IS hat in Syrien erneut eine kulturhistorisch wertvolle Städte zerstört. Die Extremisten haben in der von ihnen besetzten historischen Stadt Palmyra einen 2000 Jahre alten Tempel gesprengt. Das haben inzwischen mehrere Quellen unabhängig voneinander bestätigt. Palmyras gut erhaltene Ruinen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO.